Einen Clip haben wir bisher noch nicht übertragen, das war dieser hier. An dem Clip möchte ich jetzt mal eine Sache kurz zeigen. Wir haben ja kennengelernt, dass es hier zum Übertragen aus dem Quellbrowser mehrere Möglichkeiten gibt. Einmal hier diese Funktion hinzufügen und in BIN übertragen und einmal nur die Funktion zu BIN hinzufügen. Und es kann versehentlich leicht mal passieren, dass man hier die erste Funktion anwählt, zu BIN hinzufügen. Das würde ich nicht raten. Warum? Das möchte ich jetzt im folgenden mal zeigen. Also ich habe jetzt diesen Clip hier angewählt und wähle jetzt mal die Funktion zu BIN hinzufügen, die ich übrigens auch über Rechtsklickmenü hier direkt erreichen kann. Wenn man darauf geachtet hat, hier wurde jetzt keine Übertragung durchgeführt. Jetzt gehe ich mal zurück in mein BIN. Im ersten Moment würde ich sagen, wunderbar, alles da. Alle Clips sind jetzt hier in meinem BIN, in meinem Projekt verfügbar. Schauen wir uns hier doch mal den letzten Clip ein bisschen genauer an. Das war jetzt dieser hier. Wenn ich mal die Alt-Plus-Eingabe-Taste drücke, wir erinnern uns, dann gehen die Clip-Eigenschaften auf. Und hier kann ich jetzt sehen, unter dem Bereich Datei-Info, dass dieser Clip nach wie vor auf meinem Kameraspeicher-Chip liegt, der hier den Laufwerksbuchstaben H hat an meinem Computer. Das bedeutet, wenn ich jetzt diese Kameraspeicherkarte entferne, das werde ich jetzt mal machen. Ich ziehe die mal raus aus dem Kartenlesegerät. Dann dauert es ein bisschen und zack, wird dieser Clip hier mit so einem Blitz markiert. Und dieses Symbol zeigt uns an, dass irgendein Objekt, in dem Fall jetzt hier unser Videoclip, nicht mehr gefunden werden kann. Denn in diesem Fall jetzt hier bei mir, ist es ja so, dass diese Karte nicht mehr verfügbar ist. Und das war eben auch der Grund, warum man eben aus dem Quellbrowser unbedingt sagen muss, in Projekt übertragen, damit die Daten auch tatsächlich auf meine Festplatte kopiert werden. Wenn man das vergisst oder nicht macht, dann passiert genau das hier. Der Clip ist eben dann nicht verfügbar. In der Vorschau sieht ein nicht verfügbarer Clip so aus. Da wird dann so eine Art Schachbrettmuster dargestellt. Das zeigt mir eben an, das Material ist nicht mehr verfügbar. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich meine Speicherkarte wieder einstecke. Ich stecke die also wieder ins Kartenlesegerät. Das kann ein bisschen dauern, bis der Computer das erkennt. Ich wähle den Clip einfach mal mit der Maus an, damit EDIUS hier nochmal eine Aktualisierung durchführt. Und schwupps ist das Bild wieder da. Denn der Clip kann ja jetzt wieder von der Karte gefunden werden. Jetzt gibt es eine sehr einfache Möglichkeit, diesen Clip auch noch in meinen Projektordner zu übertragen. Und zwar wähle ich den entsprechenden Eintrag hier einfach an, klicke dann die rechte Maustaste. Und hier finden wir in diesem Kontextmenü eine Funktion in Projektordner übertragen. Wenn ich das hier auswähle, dann sieht man, jetzt findet auch wieder eine Übertragung im Hintergrund statt. Dann wird der Clip tatsächlich auch in meinen Projektordner übertragen. Und wenn ich jetzt die Speicherkarte wieder rausziehe, dann passiert gar nichts, denn der Clip befindet sich jetzt in meinem Projektordner. Nicht nur im Zusammenhang mit dem Quellbrowser ist das eine sehr wichtige Information. Diese Funktion kann man wirklich oft gebrauchen, weil im Grunde genommen ist es schon sehr sinnvoll, die benötigten Daten für ein Projekt auch tatsächlich in dem Projektordner zur Verfügung zu haben. Man kann das auch erkennen, ob sich ein Clip im Projektordner befindet oder nicht. Da gibt es im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit haben wir schon kennengelernt, Objekt anwählen, Alt plus Eingabe. Dann öffnen sich hier die Clip-Eigenschaften und hier könnte man diesen Pfad kontrollieren. Zugegeben für Anwender, die jetzt mit solchen Speicherpfaden und generellen Computerpfaden nicht so vertraut sind, ist das vielleicht nicht die beste Lösung. Es gibt noch eine andere und zwar sehen wir jetzt auch an diesen Clips hier so eine Farbcodierung, dieser kleine Punkt. Und der zeigt uns jetzt hier in dem Fall auch an, dass dieser Clip sich in meinem Projektordner befindet. Wenn Sie die Lektion nochmal vom Anfang an ansehen, dann werden Sie sehen, wenn der Clip auf meiner Speicherkarte liegt und nicht in meinem Projektordner, dann ist dieses Symbol hier, also diese Farbcodierung nicht zu sehen. Dritte Möglichkeit, wenn ich einen Clip anwähle, dann haben wir gerade eben gesehen, gibt es die Funktion in Projektordner übertragen und für Clips, die sich bereits in meinem Projektordner befinden, ist diese Option nicht anwählbar. Das ist die Funktion in Projektordner übertragen und für Clip anwählen.